Hallo, hier ist LIA 2004 mit der letzten Nachberichterstattung vom FC Bayern München für das Kalenderjahr 2021. Heute trifft der FC Bayern in der Allianz Arena im letzten Heimspiel dieser Hinrunde gegen den VfL Wolfsburg, beziehungsweise auf den VfL Wolfsburg Bayern mit zwei personellen Änderungen. Da Europa Meccano wieder in der Startelf in der Innenverteidigung und auch Serge Gnabry in der... Nein, Quatsch, Lior Sané zurück in die Startelf gerückt für den verletzten Kingsley Coman. Der FC Bayern hat direkt früh angefangen, siebte Minute 1-0 Thomas Müller, Serge Gnabry schießt außer Distanz, Kuhn Kastils mit einem üblen Fehler hat den ganz schlecht nach vorne abprallen lassen, Müller ist dann da mit dem Torricher und konnte den dann reinnetzen. Brunau hat das Abseits aufgehoben, der Lewandowski gedeckt hat, Müller auf einer gleichen Höhe konnte den deswegen machen. Ansonsten war die erste Halbzeit eigentlich sehr anstrengend anzugucken, weil der FC Bayern durchaus den ein oder anderen Abschluss hatte, aber Wolfsburg einfach konstant mit neun, nee, mit zehn Feldspielen hinterm Ball stand. Und dann teilweise einfach auch immer sieben Leute im eigenen Strafraum waren und dann war es wirklich sehr, sehr schwierig, sich das anzugucken. Ansonsten auf jeden Fall herausstechend Riedle Barco beim VfL Wolfsburg, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, obwohl er von Alphonso Davies oder mit Alphonso Davies vor allem natürlich keinen einfachen Gegenspieler hatte. 1-0 war auch der Stand zur Halbzeit, also 1-0 durch Torr Thomas Müller. In der 57. Minute zweiter Halbzeit ging es dann aber direkt weiter, Upamecano 2-0. Es war eine Flanke nach einer Ecke in den Strafraum, wird von Müller einmal weitergeleitet auf Dayo Upamecano, der dann zum 2-0 netzt. Und dann war es direkt wieder ein schöner Doppelschlag, denn nur drei Minuten später macht Leroy Sané das 3-0. Es hatte was von Ian Robben-Gedächtnismäßig. Er kriegt den Ball an der rechten Strafraumkante, täuscht an, dass er zur Grundlinie geht, zieht da nach innen, schlenzt den Ball ins lange Eck. Es war wirklich das Ian Robben-Gedächtnistor, wie man es von ihm einfach immer wieder kannte. Und dann sah es eigentlich gar nicht mehr so gut aus. Jamal Musiala hat noch ein super Spiel gemacht, muss man sagen. Wieder 19 Minuten durchgespielt, war der beste Mann auf dem Platz. Und er hat in der 87. Minute noch ein Tor für Robert Lewandowski vorgelegt. Super Chippers von Dayo Upamecano über die Abwehrkette. Musiala hat die Übersicht, legt den Ball per Kopf auf Lewandowski ab und der vollstreckt dann. Und hat damit sein 69, ich glaube es ist das 68. Tor diese Saison, dieses Kalenderjahr erzielt. Und zieht damit mit Cristiano Ronaldo gleich im Jahr 2014, hat er genauso viele Tore geschossen. Besser nur Lionel Messi, damals mit 91 Jahren im Jahr 2012. Was glaube ich niemand mehr erreichen wird. Das Spiel endet damit mit 4-0 der FC Bayern. Ja gut, wie schon bekannt, ist Herbstmeister. Ich bin mal gespannt, was es in der Rückrunde noch so geben wird. Das war es von mir. Wenn es zu Gefahr hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonne diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ciao.